Der Beginn des dritten Jahrtausends. Unwissenheit, Scharlatanerie, Dogmatismus, Leichtgläubigkeit. Aber es gibt Hoffnung, Kritik, Skepsis, Vernunft, Wissenschaft. Wir holen die Flamme der Aufklärung aus ihrem Verlies. Es werde Licht! Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von Es werde Licht. Wir sind Joarit Dario Posset und Chayet Kaya. In unserer Sendung beschäftigen wir uns mit Religionen und Weltanschauungen. Und das natürlich aus einer säkular-humanistischen Perspektive. Was uns ein Anliegen wäre, dass der Staat nicht in die Religion eingreift, dass die Religion nicht in den Staat eingreift und der Staat die Religion nicht finanziert. Ja, und wir sind einmal im Monat, werden wir auf Sendung sein und da werden wir ein spannendes Thema mit unseren Gästen diskutieren. Und genauere Informationen zu unserer Sendung finden Sie natürlich im Internet. Heute muss ja jeder eine Webseite schon haben. Chayet, du hast dir was vorbereitet. Und deswegen haben wir auch unseren offiziellen Blog, nämlich unter eswerdelicht.tv. Dort sind alle Themen zur Sendung zu finden, die Sendezeiten, die Themen, die Diskussionen und auch die Ankündigung zur nächsten Sendung. Ja, natürlich haben wir auch eine Facebook-Seite, muss man ja heutzutage auch haben. Genau, und weil dieser Link zu Facebook so lang ist, ist dieser Link natürlich auch auf unserem Blog zu finden. Ja, unser heutiges Thema ist, wer braucht die katholische Kirche? Über diese Frage diskutieren wir jetzt dann mit unseren Gästen. Wolfgang Kimmel, er ist Theologe und Priester und seit 2010 Kaplan in der Pfarre Altsimmering. Als Christ hat er zur Kirche ein leidenschaftliches Naheverhältnis. Hans-Peter Hurker, er ist Vorsitzender der Plattform Wir sind Kirche und engagiert sich seit 40 Jahren für Reformen in der Kirche. Er steht der katholischen Kirche kritisch, aber gleichzeitig loyal gegenüber. Ronald Billig ist stellvertretender Vorsitzender des österreichischen Freidenkerbundes und Chefredakteur der Freidenkerin. Für ihn ist die katholische Kirche ein Unglück für die Menschheit. Ja, und jetzt begrüßen wir, darf ich Sie alle nochmal herzlich begrüßen. Danke, dass Sie gekommen sind, unsere Gäste im Studio. Und die erste Frage möchte ich gleich mal an den Kaplan Kimmel richten. Herr Kaplan, Sie waren ja vorher Pressesprecher des liberalen Forums. Sie waren Sprecher eines großen Industriekonzerns unter anderem. Wie hat es Sie in die Kirche verschlagen? Fragen wir mal so. Es hat mich schon viel früher in die Kirche verschlagen. Ich bin in sehr jungen Jahren, also nach der Matura, fünf Jahre ins Kloster gegangen und war Mönch. Ich habe gemerkt, dass das dann erstens zu früh war und zweitens meinem damaligen Lebenskonzept nicht entsprochen hat. Und ich habe gemerkt, dass mir was fehlt. Ich will es auch auf Gott selber, ihm auf die Fahnen heften. Ich habe dann gemerkt, dass es mir so fehlt, dass ich wieder entschlossen habe, den Beruf aufzugeben. Und ich glaube, als etwas reiferer Mensch, als ich es mit 20 war, vor ein paar Jahren ins Priesterseminar gegangen bin und seit einem Jahr Priester bin. Und Sie sind ja jetzt eben Kaplan. Das heißt, Sie wollen dann auch mal Ihre eigene Gemeinde haben, nehme ich mal an. Wenn ich Ihnen jetzt die Frage stelle, wer braucht die katholische Kirche? Also Sie brauchen sie anscheinend. Aber finden Sie, dass die österreichische Bevölkerung die Kirche als Institution benötigt? Vom Selbstverständnis der Kirche sogar sehr. Weil die Kirche an sich nicht für sich selber da ist, sondern für die Welt. So sieht das die Kirche. Als jemand, der, nämlich die Menschen in der Kirche, das ist ja keine abstrakte Institution zuerst einmal. Als jemand, der bezeugt, dass es eine Erinnerung an Jesus Christus, an Gott gibt. Davon bin ich überzeugt. Insofern, dass es die Welt ist, die die Kirche oder die befreiende Botschaft braucht. Also die Welt braucht die Kirche. Herr Hurker, Sie sind ja Obmann der Plattform Wir sind Kirche. Brauchen Sie die katholische Kirche so, wie sie heute ist? Oder brauchen Sie sie überhaupt? Braucht Österreich die katholische Kirche? Ich glaube, dass die Menschen und die Gesellschaft an sich eine Kirche im Sinne Jesu Christi braucht und diese ihr gut tun könnte. In vielfältiger Weise. Ich glaube nur, dass die Kirche, so wie sie jetzt oft in Erscheinung tritt, diese Dienstleistung nicht erfüllen kann. Und deswegen sind wir für Reformen in der Kirche. Also so, wie sie jetzt ist, bringt die Kirche der Bevölkerung nichts mehr. Ich habe Sie da richtig verstanden. Ich glaube, man sollte nicht schwarz-weiß malen. Aber dass es in vielen Fällen ein Problem ist, sozusagen, das klarzumachen, warum es Jesus Christus eigentlich ging, das denke ich, ist schon gegeben. Und da müssten verschiedene Änderungen eintreten. So, dass die Menschen das auch als eine für sie nützliche und wertvolle Gabe annehmen können. Da würde ich gerne was fragen, Herr Billig. Sie haben gehört, dass Herr Hurker behauptet oder meint aus seiner Sicht, dass jeder die katholische Kirche braucht. Wie ist das aus Ihrer Sicht als stellvertretender Vorsitzender des Freitankerbunds, der eigentlich durchaus artistisch geprägt ist? Brauchen Sie die Kirche? Oder was können Sie da dagegen sagen? Nun, ich bin nicht Prophet. Dafür bin ich in der falschen Organisation. Ich kann trotzdem, glaube ich, für unsere Mitglieder sprechen. Von unseren Mitgliedern braucht sicherlich niemand die katholische Kirche. Und auch ein Großteil der Österreicher benötigt, die sich nicht wirklich wirklich die Austrittszahlen gezeigt haben. Und wenn jetzt jemand sagt, ein religiöser Mensch, ohne Kirche kann man nicht leben, ohne den Bezug zu Gott kann man nicht leben? Dann würde ich ihm vorschlagen, mal in säkulare Länder zu blicken, wie sich die Schweden, wo 80% Agnostiker und Atheist sind und keinem geht etwas ab. Wir haben jetzt einen kleinen Einspiel auf jeden Fall vorbereitet. Wir haben nämlich die Menschen auf der Straße gefragt. Unser Kamerateam war auf der Straße. Und wir haben dann mal gefragt, brauchen Sie die katholische Kirche als Institution? Bitteschön. Hallo, liebe Leute. Ich stehe heute hier in Wien vor dem Stephansdom, wie Sie unschwer erkennen können. Hier sind sehr viele Leute unterwegs aus aller Herren Länder. Von denen möchte ich jetzt gerne wissen, ob sie die katholische Kirche brauchen. Nein, brauche ich nicht. Wieso nicht? Habe ich mich nie mit beschäftigt und spielt für mich auch keine Rolle. Ich liebe die katholische Kirche als Institution, ja. Ich bin nicht katholischer selbst, aber ich liebe sie. Warum magst du die katholische Kirche? Weil ich viel regehe und die katholischen Kirchen sind immer öfter. Man kann immer in da gehen, sitzen, relaxen, haben einen guten Zeitpunkt. Ja, ich könnte ohne sie nicht leben. Wieso? Dann hätte ich nichts, worüber ich mich lustig machen könnte. Dazu habe ich keinen Kommentar. Ich bin nicht gläubig und denke, dass jeder schlau Mensch Agnostiker sein sollte. Und deswegen brauche ich persönlich die katholische Kirche nicht, nein. Persönlich, ja. Ich denke, es ist wichtig, dass es etwas mehr außerhalb unserer Leben hier auf der Erde gibt. Es gibt etwas außerhalb, das wir glauben. Es gibt viele Menschen, die aber sehr fest an Gott glauben, auch sehr zur Kirche stehen. Was glauben Sie, wieso tun die Menschen das? Ja, um irgendwie einen Halt zu finden. Denkst du, man braucht die Kirche, um an etwas zu glauben? Das glaube ich nicht, aber ich denke, es sind noch nicht alle reif dafür, das so zu akzeptieren. Sie sind überhaupt nicht religiös, haben Sie gesagt? Nein, nicht wirklich, obwohl ich mich nicht für allumfassend oder so halte. Wo finden Sie Ihren Halt? In mir oder vielleicht dann eher in Therapien, keine Ahnung. An meine eigenen Moralvorstellungen. Und woher denkst du, kommen deine Moralvorstellungen? Da könnte man jetzt diskutieren, stundenlang. Aber ich denke, von mir selbst, durch mein Umfeld vielleicht geprägt. In Österreich gibt es ja sehr viele Menschen, die eben nicht mehr der katholischen Kirche angehören. Viele von denen verstehen sich auch als Atheisten. Denken Sie, dass ein Atheist ein erfülltes Leben haben kann? Nein. Wenn er zum Ende kommt, dann weiß er, dass es doch eine Stärke und einen Glauben gibt. Dann gibt es das. Ich denke, du kannst ein gutes Leben haben, aber es wird dein Leben mehr whole, deeper, es wird dir mehr Verständnis des Lebens geben, ich denke. Ja, jetzt haben wir den Beitrag gesehen. Shahid, wo ist denn eine Frage? Würde ich Herrn Billig fragen, da einer der Interviewten sagte, er kriegt seine Moralvorstellungen von seinem Umfeld. Also er bezeichnet sich als Agnostiker. Woher kriegt ein Artist seine Moralvorstellungen? Ja, unsere Moralvorstellungen, auch die der meisten von der katholischen Kirche, sind ja vom Umfeld geprägt. Die Moralvorstellungen haben sich entwickelt. Das war die Philosophie, das war die Aufklärung, das waren Diskussionen, das war ein Theaterstück, das war die Kunst, die sehr viel für die Aufklärung getan hat. Auch wenn Sie heute mit einem Christen sprechen, zum Beispiel, er wird die Sklaverei ablehnen. Also die meisten Christen, die ich kenne, lehren die Sklaverei ab. Ich frage mal in die Runde, lehnen Sie beide die Sklaverei ab? Das heißt, auch die meisten Christen vertreten ja Werte, die mit der Bibel vollkommen inkompatibel sind. Wieso ist das inkompatibel? In der Bibel wird die Sklaverei ausdrücklich gerechtfertigt. Und zwar im Alten wie im Neuen Testament. Aber als Historiker sollten Sie ein Stückerl, glaube ich, Verständnis dafür haben, dass die Bibel besonders, da geht es im Ersten nicht um das Erste, das jüdische Testament, das Buch des Volkes Israel, dass das unter ganz anderen zeitlichen Bedingungen war. Wir haben bis 1848 bis vor 160 an die Leibeigenschaft in Österreich gehört. Man darf sich nicht vorstellen, den Fehler begehen, dass die Bibel so etwas ist, dass der liebe Gott auf die Erde geschmissen hat und das ist jetzt zu günstig. Also es ist nicht das unfehlbare Wort Gottes. Die Bibel ist Gottes Erfahrung, die verschriftlicht wird, die gelebt wird. Wir kommen schon ein wenig vor. Eine Frage zur Definition Gottes Erfahrung. Nein, Erfahrung mit Gott. Menschen machen Erfahrung mit Gott. Da ist Mose und erlebt dieses, das so beschrieben wird, dieses Erlebnis Gottes im brennenden Dornbusch. Das ist jetzt einmal ein Bild. Und aus diesem Erlebnis sozusagen, dass Gott einen Namen bekommt, nämlich ich bin da für dich und dein Volk. Ich führe euch aus der Sklaverei hinaus übrigens. Das ist die Grunderfahrung des Alten Testamentes, die Befreiung aus der Sklaverei. Das natürlich institutionell, dass vor drei, viertausend Jahren, ну ja, so weit, so weit war man damals noch nicht. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man mit der Bibel alles legitimieren kann. Denn mit der Argumentation kann ich jedes Buch hernehmen und sagen, das stimmt ja was. Das stimmt ja was. Ich muss es aus dem Kontext verstehen. Ich muss es aus dem Kontext verstehen. Das ist bei jedem Text so. Naja, es ist die Frage, dass ich diesen Text beurteile. Ich kann auch meinen Kampf hernehmen und sagen, das muss man aus dem Kontext heraus verstehen. Das muss man aus der Zeit heraus verstehen, den Antisemitismus. Auch die ganzen Herren, die haben Nürnberger Prozess verurteilt. Das muss man aus der Zeit heraus verstehen. Das ist einfach ein klassischer Beispiel für Exegese. Das heißt, Exegese ist genau das Gegenteil von dem man es eigentlich im Text darfst. Was ist Exegese? Bibelinterpretation. Okay. Das heißt, wir sehen ja auch die Auswirkungen dieses Textes. Er wurde ja wörtlich genommen. Der Vatikan hat letztens statt eine Leib-Eigenschaft aufgehoben. Der Vatikan, das war die Kirche, die die Sklaverei legitimiert hat. Jetzt ist der Vatikan ja noch immer eine Monarchie. Also eine absolute Wahlmonarchie. Zumindest so wird es auf Wikipedia dargestellt. Und es gibt ja zum Beispiel keine Gewaltentrennung. Der Papst ist ja das Oberhaupt sozusagen. Ist es dann noch zeitgemäß, da kommen wir jetzt auch gleich auf die Kirchenprivilegien, eine Organisation, die so Demokratie abgewandt ist, kann man sagen, in Österreich so zu fördern? Also Sie sollten zumindest wissen, dass Demokratie und Monarchie, wie wir wissen, auch jetzt und den großenartigen Diskussionen um den Tod von Otto von Habsburg, keine Gegensätze sind. Sondern das Äquivalent zur Monarchie ist die Republik. Jetzt kann ich den Papst als Monarchen bezeichnen, wie wohl er gewählt wird, also immerhin. Und das halt eben auch schon seit 2000 Jahren. Wir sehen hier natürlich, dass Traditionen nachwirken. Allerdings auch hier wieder muss der Vatikanstaat, also als souveränes kleines Stadtgebiet von, glaube ich, 40 oder was, Hektar, getrennt werden von der Kirche. Der Papst kann als Oberhaupt der Kirche nicht autoritär tun und lassen, was er will. Sondern ist an die Gesetze der Kirche gebunden, ist an, in wichtigen Fragen, an Synodale oder Konzilbeschlüsse gebunden. So einfach geht das nicht. Das seht ein wenig anders. Und zwar, ich denke, dass wir natürlich hier sehr viel Änderungsbedarf haben. Dass die, gerade weil Sie das angesprochen haben mit der Gewaltentrennung, ein ganz zentraler Punkt in der katholischen Kirche und sehr gut heute, würden wir diese Strukturänderung vornehmen. Und es ist leider so, dass sozusagen dem Papst alle Gewalt zukommt in der Gesetzgebung, in der Vollziehung und in der Gerichtsbarkeit. Und der kann sozusagen, wie es ja auch bei der Seligsprechung von Johannes Paul II. war, einfach ein Gesetz sagen. In diesem Fall gilt es aber nicht. Nein, das kann er, ja, aber er kann, er konnte den Johannes Paul nicht selig sprechen, weil er es so lustig ist. Aber er konnte die Fristen ohne weiter verkürzen. Er hat Fristen verkürzt. Das kann übrigens auch der Nationalrat, das passiert recht oft, wenn er Gesetze beschließt und es geht sie nicht aus. Das kann das Gesetzgebungsverfahren. Entgegen dem Gesetz verkürzt er dann die Fristen. Natürlich. Aber das steht dem Gesetzgeber zu und der vereinigt das alles als oberste.